Uff, da kannst du dich melden, ohne Namen. Ich will mit Leuten drehen, die einen Namen haben und nicht irgendjemanden rübern, okay? Ich bin der Herbert Rauter. Wer? Der Herbert Rauter bin ich. Nein, das bist du nicht, du bist der Herbert Irgenaner, aber nicht der Rauter. Okay, darf ich dich mal fragen, warum willst du eigentlich von Sturm für entspänden haben, wenn du selber in Rolls Royce fährst? Was will ich haben? Warum musst du von Sturm für entspänden haben, wenn du euch selber in Rolls Royce fährst? Was will ich haben von Sturm? Weil du Sturm für entspänden haben. Ich will von den Sturm anhängen, ich will gar nichts mehr Sturm. Ja, aber so geht es ja schlecht finanziell, oder? Bitte? Sturm geht es ja finanziell so schlecht, oder? Ja und? Ja, aber warum fährst du dann rein? Ja, der andere kommt so schlecht in den Sturm. Wir sagen so offen und die anderen draußen sein zu oben. Ach, was ist es da? Ja, und warum fährst du dann rein? Ah, ich muss das keine Schande. Ja, darf ich keinen fahren, das ist mein Privater. Achso. Entschuldigung. Ja, und? Ja, entschuldigt. Du, ich bin ja nicht, ich lebe ja nicht von einem, ich bin ja kein Sozialfall. Aber ich lebe ja nicht von der Sozialhilfe. Ich habe ja einen Betrieb, wo ihr Geld verdient. Ja, und auch von Franker Vorder halt auch gar nichts, den kannst du auch die haben. Ja, das ist deine Meinung. Ja, das ist meine. Okay, wenn du deine Meinung, du kannst deine Meinung sagen, ja. Entschuldigung. Jeder hat eine Meinung, so wie ihr eine Meinung, aber hat der andere eine Meinung. Und die Leute vom Vorder sind alle zufrieden. Er hat in Wald neun Punkte gemacht, junger Mann. Zahlt deine Schuld noch, bevor du noch alles warst. Halt die Klaschen, du Volldrodl. Du kennst dich nix aus, du Teppata-Bur. Geh, du arbeiten, dann weißt du mal, was das heißt. Und wenn du mich einmal anrufst, lass ich dich verfrühen, weil die Telefonleitung von der Polizei verschwind. Wenn du mich einmal anrufst. Und wenn ich dich sicher ist, dann hocken von mir, du Teppata.